Hi, hier ist schon Nacht geworden, super. Cobblestone, Stone, 16, 14, 33 Stone, das ist nicht viel, was ich hier habe, muss ich ehrlich sagen. Die Frage ist, wo bekomme ich die Kohle her für den Stone? Muss ich ja farmen gehen. Gut, ich laufe jetzt einfach mal da durch, nach Hause, tu da den Schrank aufbauen. Was willst du? Hast mich sogar noch nicht mal getroffen. Tu da den Schrank aufbauen. Und dann begebe ich mich auf... Was begebe ich mich genau? Ich habe jetzt keine Ahnung genau, was ich machen wollte. Ah ja, genau, ich begebe mich auf Kohle-Tour. Upsala, Creeper. Nicht in meiner Nähe. Gibt euch bloß keine Blöße. Oh yeah. Ja. Ich glaube, da ist mein einziger Weg gerade in die Luft geflogen. Bin ich selbst schuld. Gut, wenn jetzt noch ein Creeper in meinem Haus ist, dann bin ich noch mehr selbst schuld. Ja, ist er sozusagen. Gut. Perfekt. Das wird nachher noch schöner. Sand, Clay, Ground, das, das, das. Hier ist ein Enderman unterwegs. Noch schöner. So. Und Gravel. Das ist Kappa, ne? Ja. Das ist auch Kappa. Gut. Dann einmal... Kappa-Blöcke machen, bitte. Jetzt habe ich halbe Blöcke. Hätte ich vielleicht vorher darauf achten sollen, was ich da genau reinwerfe. Aus vier Gold, aus... Na? 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 Gut. Gut. Komm, 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 komm. Ja. Schön. So, ist hier noch was drinne. Ja. Fünf Ingots. Super. Kann ich daraus nicht hier... Ach, naja, hier muss ich noch was hinlegen. Gut. Dann kann ich das eben nicht machen. Aber ich habe schon mal Kappa-Blöcke. Da ist noch ein bisschen Kappa. Mal gucken, wie viel ich brauche, um die alle in einen Block zu bekommen. Ich brauche hier eigentlich neun. Das bedeutet, wenn das Ding geschmolzen ist... War es ziemlich lange dauert. Ich gehe mal inzwischen... Ah ja, Stein craften. Äh, wo ist Holz? Holz? Wieso habe ich jetzt kein Holz dabei? Ach, dann gehe ich eben Holz holen. Komm, her mit dir. Lauf dahin, wo ich sage, dass du hinlaufen sollst. Mach mir eben noch einen zweiten Crafting-Table. Und... Und... Wackeln. So. Und einmal Holz holen. So, irgendwann muss ich mal eine Folge machen, wo ich nur satire. Und... Naja, was ich jetzt schon mache, von einem Haus zum anderen laufe. Aber... Wir wollen ja ein großes Haus. Es steht ja auf der Liste. Und die Smeltory ist auch fertig. Na, habe ich schon wieder was abgehakt. Super. Sind aber auch... Ich glaube, seit letztem Mal zwei neue Sachen dazugekommen. Was eigentlich immer mehr wird. Ich weiß nicht, ob ich die Liste jemals abbauen werde. Auch außerhalb dieser Aufnahme. Hoffe ich mal. Wäre sonst ziemlich doof. So. Was sagt... Komm. Ich kann ja gar nicht craften. Ich brauche ja erstmal... Tür... Ach. Türe zu. Ich will keine Besucher. Ähm... Ich brauche erstmal... Einen Crafting-Table. So. Gut. So. 27 Kappa. So. Mal gucken, was ich damit bewirken kann. Wahrscheinlich muss ich jetzt einfach nur ein Kappa schmelzen. Und... Das reicht dann für... Das Construct. Wenn nicht, muss ich noch ein Kappa schmelzen. Das geht aber auch. So. Ähm... Ja, erstmal hier rein. Gut. Was wollte ich jetzt machen? Genau. Ich setze den Grundstein für mein Haus. Und dafür hätte ich gerne... ...diese Blöcke. Die sehen irgendwie anders aus. Als ich die gerne hätte. Muss ich mal kurz gucken, wie man die macht. Stone... Ähm... Stone... Stone... Da. Stone Slap. Nein. Ich will Stone Bricks machen. Stone Bricks... Grizzled, Dragged, Mossy, Stone, Slap. Okay. Elensation. Da, genau, die will ich haben. Ah. Äh, ja. Und wie kriege ich die? Woher? Stone, Slap. Brick. Wie wäre es, wenn ich einfach mal Brick eingebe? Nee. Also, die brauche ich und die mache ich. Ja. So. Und den mache ich aus. Oh. Smelting. Durch Smelting mache ich ein Couriered Block. Redstone Fused Clared Block. Okay. Also scheinbar kann ich das nicht so bauen, wie ich es mir wünsche. Schade. Ja, dann muss, äh... Dann werden die Stone Bricks als Untergrund herhalten. Und zwar werde ich das... Ich werde das Gebäude... Ich werde es dem Berg anpassen. Also, ich baue das... Ich fülle das hier erstmal auf mit Sand. Ähm, habe ich überhaupt noch was hier drinnen bestimmt? Und... Ja, 64 Stück. So. Holz. Weg damit. So. Uuuuuh. Nein, es fehlte tatsächlich noch zwei. Bye. Bye. Ssss. Ssss. Frrr. Ssss.